So, ich habe mein PC neu gestartet. Ich hoffe, dass das Krachen jetzt weg ist. Hoffen wir mal. Jut, also. Wir haben währenddessen schon mal ein bisschen Biofuel vorbereitet. Ein bisschen ist gut. Also man kriegt aus einem Fall halt schon vier Biofuel und ich glaube, das reicht erst mal. Können wir ja währenddessen hier schon mal reintun, dass das ein bisschen auffüllt und wir ein bisschen Strom kriegen nochmal. So, wie sieht das jetzt unten im Stained Steel aus? Wir haben Stained Steel in Gods! Endlich! Und das Krachen ist ja immer noch da und ich gebe jetzt den Fick drauf, weil ich es schon auch so voll habe. Ja, habe ich auch schon gehört. Dann liegt es also echt an Minecraft oder am Minecraft Surfer. Oder an Fraps. Oder an Fraps. Obwohl das eigentlich auch nicht sein kann, weil, ja. Da hängst du eigentlich eigentlich nichts, ne? Normalerweise könnte es ja echt nicht daran sein, weil, normalerweise, die tauchen jetzt erst auf. Und ich nehme schon immer mit Fraps auf. Wenn das Programm gewechselt wäre, wäre das eine andere Sache. Gut. Auf jeden Fall. Wir waren mal dran. Ah ja, wir waren bei den Bio-Fuel-Generatoren. Wollte ich ja noch einen machen. Also, Bio-Generator. Ja. Okay, da brauchen wir auch noch ein bisschen Redstone. Wir könnten auch bald vielleicht mal wieder den Miner losschicken, wenn die Erze verarbeitet sind, ne? Bloß nicht. Wenn die Erze verarbeitet sind. Aber trotzdem. Das ist nicht ein bisschen zu heftig. Äh, ich weiß nicht. Also, ich finde es. Wir können ja mal schauen, wie es aussieht. Gehen wir kurz zur Seite. So, ein Bio-Fuel haben wir noch da drin. Und das Deck wird nachgelegt. So. Weißt du, was mir jetzt eigentlich auffällt? Was? Wir hätten den Tank noch eins weiter reinmachen können. Dann wird die Fluid-Kondition perfekt hier drüber gehen. Könnten wir weiter. Ja. Machen wir noch. So. Dann mache ich jetzt aber auch mal zwei Tester-Rects. Oh. Ich wollte gerade auf das Tester-Rect-Terminal von Recta gehen. Bloß nicht. Okay, wir brauchen wir brauchen naja, kein Nikolite. Wir brauchen 10. Ne, ich nehme jetzt einfach mal ein Stack mit. Da habe ich gerade keinen Bock drauf. Shiny Ingots. Und Enderperlen. Äh, ja. Das war zu viel. Ich glaube, 16 sollten reichen. So. Magma Crucible. Wir brauchen für Enderium. Da hast du es gekauft. Enderium blend. Einwissenheit Ender-Bucket. Ja, okay. Das sind vier pro Bucket. Okay, das Team nimmt ab. Aber es ist alles voll, also wir verschwenden gerade hier Strom. Ja, passiert. Oder warte. Tun wir nicht. Nein. So, ein Resonant Ender-Bucket. Fände ich ja schön, dass das Ganze hier noch wenigstens so gut funktioniert. Okay, davon und brauche ich Okay. Brauchten wir, glaube ich, vier. Gut. Dann mache ich jetzt mal das letzte den letzten Enderium blend fertig. Ah. Dann brauchen wir noch ein paar Enderperlen für die Tesseract. Jetzt tun wir schon mal rein. Was braucht man noch für den Tesseract? Für den Tesseract. Silber und Bronze. Und jo, das war ja auch noch. Okay. Haben wir hier noch Obsidian. Jo, hier ist noch was. Ich hoffe, das war jetzt die richtige Mischung, die ich im Kopf habe. Wir brauchen ja auch noch hier so ein bisschen von dem Zeug hier. Natürlich war das nicht die richtige Mischung. Wie kann man das herstellen, wie kann man das herstellen, den Dust? Irgendwie zu do. Das glaube ich auch. Pyrotium Dust ist ein Sulfur, ein Kohle Powder, ein Redstone und ein Blaze Powder. Da war ich noch falsch vom Rezept. Hattest du den einmal oder was? Oder warst du... Oh. Oder warst du bei dem von Greg Tech? Du warst bei dem von Greg Tech? Ja. Ah, Greg Tech ist nicht immer die Welt. Fast immer. Okay. 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 Wie viel gibt es denn mal aus einem Obsidian- und Pulverreiser? Oh, vier. Oder? Jo. Nein, nicht an der Titicke Fuser. Dann mache ich, weißt du was? Wollen wir schon mal so ein bisschen mal durcheinander vorbereiten. Weil wir wollten ja auch noch den Dust Field Zentrifuge heute machen, dass wir mal das ganze Uran weiterverarbeiten können. Das ist ein Extractor und 211 Circuit und die Stensteel und die Stensteel. Dort könnten wir eigentlich auch schon mal machen. Mache ich schon auch schon mal. Das machen wir heute nicht so ganz unproduktiv sind. Wir brauchen vier Stensteel-Plate. Hm, Stensteel-Hulls. So weit kommt es noch. Jo. Dann brauchen wir einen formschönen Extraktor. Dafür brauchen wir Stensteel. Ja, aber so nicht. Ich mache wieder den viel zu einfachen Weg. Ich will direkt aus dem... Äh, Ingoz schon die... Ja, wieder kein Strom. Ach, na ja. Dann schummeln wir hier nochmal ein bisschen. Hey, ich habe herausgefunden, wie die Injection Chamber funktioniert und zwar alle drei gleichzeitig. Und wie? Es müssen drei unterschiedliche Materialien sein. Zumindest hat es gerade so funktioniert. Also Leute, sollte es dann wirklich heute mal krachen, dann tut es mir wirklich sehr leid. Ich hoffe zur nächsten Folge nach, woran das liegt. Aber momentan heute ist der letzte Tag, wo ich Folgen hatte. Das heute kommt die Flim-Flim-Folge raus. Ja, und wenn wir heute nicht aufnehmen würden, dann hätte ich keine Folge für morgen. Und das will ich nicht, das wollt ihr nicht. Naja. Dürfen wir dann auch gerne dafür ein Dislike geben, ist mir momentan relativ egal. So akzeptiere ich gerne. Weil ich weiß, das ist nicht so besonders schön für euch. Für mich ist es auch nicht schön. Also... Da haben wir jetzt mal das Zinn raus. Wie sieht das jetzt hier mit der Bending Machine aus? Das ist fertig. Die Tust... Aber halt in das Ziel... Nö, dann kann es hier wie es weiterlaufen. Gut. Ich hab's gleich noch. Gut. Ähm... Dann hier noch, ob ich die A anlasst. Ach, weißt du, dass auch ein paar Komis von mir schon gefragt haben? Was? Ob man das Modpack nicht mehr zusammenzocken könnte. Ob ich das mit dir nicht zocken könnte. Haha. Und ich hab mir das Ganze mal jetzt versucht zu downloaden, also die Serverdatei und... Mein PC sagt nur... Oh. Hm. Ah, danke. Bitte. So. Machen wir schon mal die Enderium Wingods. Ich hab wieder den Energitech Infuser. Ich finde es aber blöd, dass die Enderium Wingods sofort zu Quacktag unifiziert werden. Echt? Ja. Ja. Ein Tessaract. Können wir schon mal machen, ein Tessaract-Programm? Da muss man ein Dia rein. Ey, das ist aber voll die Dia-Versendung. Schnauze. Wir haben es halt noch. Ich hab aber auch letztens bei welcher gesehen, was die an die Dia haben. Das aber nicht ohne. So viel? Oh ja. Die haben noch mehr als wir. Meiner? Ja, du wirst bald wieder aufgestellet. Ja. Das ist ein Tessaract. Ja. Das ist ein Tessaract. Wo ist die Gregtig-Wrench? Habe ich nicht, denn meine Tau. Die muss in einer Kiste liegen. Hab sie. Dann kann ich nämlich erstmal wieder schnell das Rezept wechseln. Industrial Centrifuge. Wir brauchen noch ein Next Factor. Also 3. Da fehlen noch ein paar Stahlplatten. Wir haben noch Stahlplatten und Eisenplatten. Was? Reingelegt ins ME-System. Wir haben auf jeden Fall noch welche. Na ja gut. Wo ist die Thornmel da? Wir müssten das Ganze irgendwie nochmal beschriften mit den Schildern. Ich habe die ganzen Upgrades rausgenommen. Also das könnte länger dauern. Ja ja. So. Ein Redstone. Da komme ich schon mal wieder ins Decken zu mir. Dass man auch mal wieder was verhaften kann. Wir brauchen aber noch zwei. Neu. Gut. So. 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 Automatic Extractor. Rein damit. So. So. Jetzt brauchen wir aber noch die Advanced Circuits. Nein. Die da. Red Alloy müssten wir noch ein bisschen was haben. Nein. Das ist Estone Alloy. Jetzt mache ich nicht was. Jetzt habe ich kein Wort dazu. Dann müssen wir noch was machen. Die da. Vielen Dank.